moin leute zu meinem film chicago express habe ich eine ganze menge feedback erhalten und es kam natürlich auch jede menge fragen von euch diese fragen habe ich jetzt alle noch mal gesammelt und möchte sie heute in diesem video beantworten aber die liste ist ganz schön lang geworden sind insgesamt 50 fragen daher benutzt einfach die kapitelmarker um direkt zu einzelnen fragen zu springen wenn ihr euch nicht das ganze video angucken wollt dazu gibt es dann unter dem video in der beschreibung auch noch ein paar links ja und nun geht das direkt los ohne intro an bord eines container schiffs kommt man natürlich über die gangway aber ich glaube ihr wollt ihr wissen wie das ganze entstanden ist bei mir ging das los 2012 oder 2013 da habe ich einen kapitän von hapergloid kennengelernt der selber auch sehr viel fotografiert der hat mir irgendwann angeboten dass ich bei ihm mal ein kleines stück mitfahren könnte und irgendwann habe ich eine nachricht bekommen wir sind bald in antwerpen wenn du lust hast kannst du bis nach hamburg mitfahren ich also den teuersten one way flug meines lebens gebucht ab nach antwerpen da an bord der kuala lumpur express und dann bis nach hamburg mit gefahren ein mega erlebnis damals und natürlich habe ich da auch schon sehr viele fotos gemacht ja und diese fotos die hat dann irgendwann auch hapergloid zu gesicht bekommen und irgendwann brauchten die einen fotografen haben mich daraufhin angefragt und ich habe natürlich mich schon gesehen um die welt reisen im hubschrauber luftaufnahmen machen von container schiffen aber die realität war erst mal dass ich die weihnachtsfeier fotografiert habe porträts vom vorstand gemacht habe und das alljährliche fußballturnier dokumentiert habe aber so habe ich eine ganze menge leute da kennengelernt und habe denen dann irgendwann vorgeschlagen bzw meine projektidee vorgestellt dass ich gerne mal eine reportage über das leben an bord eines container schiffs fotografieren wollte die idee kam gut an aber in der realität musste ich denen dann ungefähr anderthalb jahre auf die nerven gehen bis sie mich dann endlich an bord gelassen haben ja und das war dann der start schuss zu meinem seafarers projekt wo ich ja insgesamt auf drei schiffen mit gefahren bin die zusammenarbeit die lief dann ganz gut und wir wollten das auch fortführen aber dann kam natürlich corona dazwischen aber jetzt 2022 wo corona weitestgehend erst mal durch war konnten wir das projekt dann endlich fortführen und ja dieses mal wollte ich halt den fokus mehr auf video legen ja und falls ihr selber mal mit einem containerschiff mitfahren wollt googelt doch einfach mal nach frachtschiff reisen es gibt nämlich einige räder rein die bieten die möglichkeit dass man auch wirklich als passagier dort mitfahren kann das habe ich selber noch nicht gemacht also da müsst ihr einfach mal recherchieren ein auftrag in dem sinne gab es gar nicht denn das ist ein projekt was von mir initiiert gewesen ist sowohl seafarers als auch chicago express und deshalb ist auch kein geld geflossen das einzige was aber gläut gemacht hat meine reisekosten übernommen zu den jeweiligen starthäfen und von den zielhäfen wieder zurück nach hause was ich allerdings gemacht habe die hatten so ein paar wünsche für ein paar spezielle fotos die sie brauchten und auch so ein paar spezielle videoaufnahmen die habe ich dann natürlich quasi nebenbei noch mit erledigt aber im großen und ganzen war das alles eine freie arbeit die auf meinem mist gewachsen ist auf den schiffen gibt es immer eine sogenannte eigner kabine oder auf englisch owners cabin und diese kabine oder kammer wie man auf frachtschiffen sagt die steht normalerweise leer und wird nicht benutzt und so hatte ich das glück dass ich in dieser kammer untergekommen bin und glaube hier kann man schon wirklich von einer suite sprechen man hat einen schlafraum eigenes bad mit dusche und klo und dann noch mal einen großen ja tagesraum nennt man das da heißt eine sitzecke mit sofa kleinen tisch und dann verhältnismäßig großer schreibtisch aber ich muss sagen das war schon relativ luxuriös also an platz hat es mir auf jeden fall nicht gefehlt übrigens auf schiffen unter deutscher flagge da haben alle besatzungsmitglieder eine kammer für sich und auch eigenes bad außer die azubis die sind halt teilweise in kammern mit zwei betten untergebracht wasser schiffe mehr das fand ich irgendwie schon immer faszinierend als kleiner junge war auch mein erstes modell so ein modell boot von robbe die antje und fischkutter aber also richtig los ging das eigentlich erst als ich nach hamburg gezogen bin wenn man hier am elbstrand sitzt das erste mal zum greifen nah so ein riesiges containerschiff an einem vorbeifährt das ist schon total faszinierend und so wurde dann irgendwie der wunsch in mir geweckt einmal mit einem containerschiff mitzufahren und ich dachte mir immer in meiner romantischen vorstellung cool wär's doch mal mit so einem containerschiff einmal um die ganze welt zu fahren das geht leider nicht weil die biester ja im liniendienst fahren aber so ist das alles ein bisschen entstanden und ich glaube diese faszination für containerschiffe kommt auch so ein bisschen von meinem linientick ich mag das ja wenn alles gerade ist und diese gestapelten container irgendwie hat das ja so ein bisschen was von tetris für große ich hatte an bord zwei leica sl2s mit die zweite die hatte ich mir ausgeliehen als reine backup kamera ansonsten habe ich das meiste wirklich mit der einen kamera gemacht und das gute an der sl2s was sich herausgestellt hat ist dass sie super geeignet ist für hybridbetrieb also wenn fotos und videos gleichzeitig beziehungsweise abwechselnd machen möchte denn die lässt sich halt mit nur einem klick auf diese taste hier oben zwischen den beiden modi hin und her schalten und dabei merkt sich vor allem die kamera sämtliche einstellungen die man im foto oder im video modus jeweils benutzt hat und das ist wirklich extrem komfortabel und hat mir wirklich gute dienste geleistet darüber hinaus hatte ich noch eine gopro mit die ich für so ein paar speziellere aufnahmen also die vorne vom bug benutzt habe oder auch für die zeitraffer und ein iphone 14 pro das habe ich in erster linie für ja so ein paar schlecht wetteraufnahmen benutzt denn als wir so 50 60 knoten wind hatten da konnte man also draußen auf der nock keine kamera ruhig halten also der hätte alles gewackelt er hätte ein gimbal nicht geholfen kein stativ gar nichts und über beim iphone da schaltet man dann einfach den action modus an mit der stabilisierung das hält man so hin und das bild ist dann wie in beton gegossen ja und das war im grund genommen so mein kamera setup ich hatte eigentlich an brennweite alles dabei von 16 bis 400 mm zoom objektive von sigma 16 bis 28 28 28 70 damit habe ich halt auch sehr viel gefilmt zwei drei fest brennweiten 24 35 und 50 millimeter und dann noch 100 bis 400 millimeter für die aufzeichnung der interviews habe ich diese kleinen rode wireless go 2 benutzt die haben wirklich einen guten job gemacht das größte problem waren eigentlich die umgebungsgeräusche also wir hatten teilweise 50 60 knoten wind und da hat es auf der brücke schon ganz schön gefiffen was auch die nachbearbeitung etwas schwierig gemacht hat aber dazu dann später noch mal mehr und ja ansonsten für die ganzen umgebungsgeräusche da hatte ich halt hier dieses kleine richtmikro auch von rode mit einem fetten windpuschel oben drauf das ist das rode video mic go 2 heißt es glaube ich verlinke ich euch aber alles noch mal unter dem video alles mit der leica sl2s habe ich außer hand gefilmt oder bei den interviews vom stativ und außerdem hatte ich dann hier noch so einen kleinen dji gimbal dabei den om6 damit habe ich dann einige so der fahrten und rundgänge gefilmt allerdings muss ich sagen dass ich da auch mit den aufnahmen nicht so ganz zufrieden war das lag aber in erster linie an mir denn was ich komplett vergessen hatte ist dass man auch mit einem gimbal ein bisschen konzentrieren muss wenn man läuft ansonsten hat man immer diese auf und ab bewegung und das ist ehrlich gesagt etwas was ich total verpennt habe und mich auch so ein klein bisschen an einigen aufnahmen stört aber ansonsten auf jeden fall gutes teil im mittelmeer hatten wir ein oder zwei tage ein bisschen seegang von schwell schwell das sind ja wellenausläufer von ja stürmen die schon abgeklungen sind und meistens auch in größerer entfernung stattgefunden haben das führt halt dazu dass man schönstes wetter hat die sonne scheint man aber doch ordentlich seegang hat und auch im mittelmeer da hat das schiff dann ordentlich gestampft stampfen ist halt die bewegung wenn das schiff halt immer so rauf und runter geht und dabei habe ich dann auch ein paar von diesen schönen aufnahmen gemacht mit der gopro vorne vom wulst buch wenn das schiff also sich aus dem wasser hebt und dann wieder eintaucht und es dann diese riesige welle gibt richtig tolle aufnahmen vor allem halt wirklich bei gutem licht weil da die sonne schien weiter auf dem atlantik da hatten wir auch noch mal ordentlich seegang da hatten wir halt wirklich so 50 60 knoten wind der ja die ganze zeit so von steuerbord kam und das führte dazu dass das schiff ja das hat sich gar nicht großartig bewegt das hat also nicht gerollt nicht immer hin und her oder rauf und runter sondern so ein containerschiff das hat ja eine riesige fläche an der seite also sondern wie so ein riesiges segel und ja dieser wind der hat also das schiff permanent in so eine schräglage gedrückt und das wäre ja also quasi ich glaube fast drei tage immer so mit ungefähr fünf fünf grad schräglage gefahren sind und ich hatte das am ende von dem chicago express video erwähnt es ist halt wirklich ein bisschen doof wenn man auf auf in seiner dusche den abfluss auf der falschen seite hat das kann nämlich sein dass man das wasser nicht abläuft glücklicherweise richtet das schiff sich dann doch hin und wieder mal auf und das wasser kann dann ablaufen ich persönlich habe aber überhaupt keine probleme mit seegang also ich bin noch nie in meinem leben irgendwie seekrank geworden ganz im gegenteil ich finde das ehrlich gesagt ganz schön ich steige auch in alle möglichen achterbahnen und so also es kann ruhig ein bisschen schaukeln zu meinem leidwesen war der koch auf der chicago express wirklich ganz hervorragend aber alle köche die ich bisher auf schiffen hatte die waren alle super so ein koch der hat ja ja fast die wichtigste aufgabe an bord denn stellt euch mal vor so ein koch ist schlecht und ihr seid monatelang an bord und das essen ist einfach kacke also da könnt ihr mir schon vorstellen dass da die ein oder andere meuterei vom zaun bricht also deshalb legen die glaube ich bei harper gleut schon großen wert auf die köche und gekocht wird übrigens an bord auch so ein bisschen unterschiedlich also die philippinische crew die kriegt auch essen was ein bisschen mehr ihrer kultur entspricht also immer mit reis und viel mit hühnchen und ja also für die europäischen offiziere da gibt es dann halt auch essen was die so bevorzugen da gibt es halt auch mal eine bratwurst und promis und solche geschichten ja aber das führt halt leider auch dazu dass man bei so ein paar wochen auf einem container schiff wenn man nicht aufpasst ganz schnell ein paar kilo zu legt ich durfte mich wirklich ausnahmslos auf dem kompletten schiff bewegen als ich an bord kam gab es natürlich erst mal eine kleine einweisung es gibt immer so eine sogenannte familie reis sachen das heißt man lernt das schiff etwas kennen die grundstruktur von so einem schiff die kannte ich ja schon aber das ein oder andere ist dann doch mal an unterschiedlichen stellen und bei dieser familie reis sachen geht es natürlich in erster linie dann um so sicherheits dinge wo sind rettungswesten wo sind die rettungsboote also lauter so sicherheitsgeschichten die man da erzählt bekommt und ja wenn man das aber dann hinter sich hat dann bekommt man zahlencode das schiff ist oder die außentüren und auch die brücke sind durch ein zahlenschloss gesichert und dann konnte ich mich also wirklich von der brücke vom schornstein bis in den maschinenraum permanent frei bewegen und das ist schon ganz cool man da dann alleine auch ein bisschen auf entdeckungsreise gehen kann manchmal ist es auch so ein bisschen spooky also wenn man wirklich alleine unten so maschinenraum oder in dem wallgang der so außen um das schiff herum geht man da so alleine lang läuft manchmal schon ein bisschen komisch aber irgendwie auch abgefahren ich hatte das ja eben schon bei der frage mit dem seegang beantwortet wir hatten zwei tage ordentlich seegang bei aber schönstem wetter halt von diesem schwell wo das schiff so gestampft hat und ich wusste halt von meinen anderen reisen dass das auf videos echt toll aussieht wenn halt der wulst buch so durchs wasser fährt und noch besser wenn er natürlich ab und zu mal auftaucht dann wieder eintaucht und es dann so eine schöne welle gibt und deshalb habe ich mich also mit der gopro vorne an den bug gestellt hatte die an stativ geschraubt um die vorne halt über den über die kante etwas hinaus zu bekommen um dann so schön runter zu filmen und dabei sind halt ein paar von diesen extrem coolen aufnahmen entstanden und plötzlich sehe ich also wirklich so aus dem augenwinkel wie drei delphine angeschwommen kamen und die haben sich also wirklich vorne vor den bug gesetzt und sind dann mit uns mit geschwommen und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines kind weil ich dachte die ganze zeit mensch das wäre doch toll wenn du wirklich mal so eine aufnahme bekommst delphine vorm bug vielleicht ein bisschen klischee aber musste ich einfach mal haben ja und ich also gefilmt und gefilmt und plötzlich waren die delphine aber weg und in dem moment dachte ich mir mensch was hast du denn da eigentlich gefilmt weil als ich die gopro ausgerichtet habe hatte ich die so ausgerichtet dass sie halt noch ein teil von dem schiff also auch dieses hamburg wappen oben mit drauf hat und deshalb war das halt vorne mit dem bug ein bisschen knapp und deshalb hatte ich halt auch wirklich nur drei so kleine mini schwänze von den delphinen auf dem video ja und dann habe ich halt die kamera noch mal ein bisschen neu ausgerichtet und weiter gefilmt aber es kamen keine delphine und so stand ich da also minutenlang mir kam das vor wie stunden die mannschaft saß derweil im office im bmc board management control room da gibt es ein monitor und auf diesem monitor kann man direkt vorne auf diesen platz gucken da wo auch dieser kleine fahnenmast ist wo ich also stand ja und wer natürlich nicht kam war die waren die delphine und das schiff die ganze zeit rauf runter und coole welle ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut ja aber irgendwann war ich halt so weit und dachte mir jetzt gibt sie auf also es nutzt nichts delphine kommen nicht und dann sah ich nur die eine welle die nimmst du noch mit die sieht ganz gut aus und dachte mir stimmt cool wenn das wasser so ein bisschen höher spritzt ja und das schiff kommt raus aus dem wasser taucht wieder ein und dann kommt da wirklich eine riesen welle ich weiß nicht wie hoch die war aber man steht da also so schätzungsweise würde ich sagen 10 12 13 meter über dem wasser da vorne und ja diese welle also wirklich komplett über mich drüber ich total geduscht also wirklich klitschnass als als wenn ich einmal untergetaucht wäre kamera wurde mir ja mehr oder weniger außer hand geschlagen bzw hoch von dieser welle ansonsten aber glücklicherweise nichts passiert wie gesagt war auch schönes wetter kein wind und so weiter ja und dann habe ich mal diese kamera in der hand und drehe die so und dann läuft es da raus also es lief richtig aus der gopro raus und wenn ihr euch fragt wie man es schafft eine wasserdichte gopro zu fluten ja der paddy der war ja so schlau einfach den deckel auszutauschen denn man muss halt zum aufladen der gopro immer diesen deckel ab machen und der stört halt auch wenn man die gopro zum beispiel bei einem zeitraffer die ganze zeit mit strom versorgen möchte also habe ich mir im zubehör einen deckel geholt der so ein kleines loch hat wo man das usb kabel durchstecken kann damit man die kamera jederzeit mit strom versorgen kann aber dann ist sie natürlich nicht mehr wasserdicht ja lacht ruhig lacht ruhig ich bin dann mit der kamera natürlich sofort auf meine kamera weil meine größte sorge galt natürlich den aufnahmen denn ich hatte wirklich viel gefilmt damit ich also sofort an rechner sd karte raus rein in rechner nicht lesbar nichts zu machen trocken gemacht dies und das sich mal probiert also wirklich habe da bestimmt ein und anderthalb stunden rum gebastelt habe dann auch vom kapitän noch so ein windows notebook benutzt hat aber alles nicht geholfen ja was macht man dann in seiner not ich dachte mir jetzt brauchst du irgendwie so ein daten rettungs programm also ich versucht ins internet zu gehen an bord gibt es ja internet das leider nicht so schnell ist habe dann auch online so ein daten rettungs programm gefunden was glücklicherweise nur 69 megabyte groß war ich habe dann slot erwischt wo die ganze mannschaft am arbeiten war und keiner im internet habe ich es tatsächlich geschafft diese 69 megabyte in etwas über einer stunde herunterzuladen habe das installiert speicherkarte wieder rein und auf einmal eine liste mit all den aufnahmen und ich mich wieder gefreut wie so ein kleines kind dieser aufnahmen gerettet drücke auf wieder herstellen ja zum wieder herstellen muss man die software dann leider kaufen gut war mir egal ich dachte mir hauptsache du kriegst diese aufnahmen sollten 100 euro sein war mir völlig latte ich dachte mir kaufst du die paypal ja shit paypal zwei faktor authentifizierung habe ich eingestellt das heißt ich muss jedes mal einen sechsstelligen code eingeben was kaufen will und dieser code wird per sms übermittelt auf dem atlantik aber kein mobilnetz also keine sms war nichts zu machen aber glücklicherweise habe ich dann eine kreditkarte gefunden ich hatte zwei kreditkarten dabei und die eine kreditkarte die hat es dann tatsächlich angeboten also da musste man auch so ein online code eingeben und da gab es aber die möglichkeit sondern irgendwie so ein offline qr code zu generieren und damit hat das dann irgendwann geklappt und ja da konnte ich wirklich alle daten auf der gopro wieder herstellen bis auf die allerletzte datei das war halt die wo gerade die aufnahme lief hätte ich natürlich gerne gesehen weil das war halt die riesenwelle die mich komplett geduscht hat aber die war wirklich ums verrecken nicht mehr zu retten ich habe da wirklich alles probiert selbst mit recovery services und 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 haben verschiedene leute ausprobiert war nichts zu machen aber gut nichtsdestotrotz die meisten aufnahmen die konnte ich retten ich hatte auf der chicago express die dgi mini 3 oder bei diese kleine drohne die ja nur 249 gramm wiegt und für die reise super geeignet ist ich muss allerdings gestehen dass die für die ja für das fliegen auf see dann doch ein bisschen schwach bröstig war ich konnte überhaupt nur an einem tag fliegen wo wir wirklich schönes wetter und kaum wind hatten und selbst da war das schon ein bisschen schwierig und ich muss sagen das eine ist halt das mit dem wind dass die nicht ganz so viel power hat und was halt auch nicht so gut funktioniert hat ist das landen ich hatte auf meinen letzten reisen 2016 hatte ich noch die phantom 4 mit und die hat ja unten dieses große lande gestellt die kann man nicht zusammenklappen und die drohne ist einfach deutlich besser geeignet an bord denn man muss halt die drohne gerade beim landen fangen also es ist ganz ganz schwer möglich die auf dem schiff zu landen weil man hat halt auch kaum eine fläche wo man die landen kann und es ist halt auch nicht so ganz einfach mit dem ganzen stahl also da kann es halt auch mal zu störungen kommen also einen flug konnte ich machen es gibt ja ein paar luftaufnahmen von der chicago express die sind aber alle innerhalb von einer akkuladung also irgendwie 20 25 minuten entstanden danach gab es dann leider keine möglichkeit mehr aber da haben wir wieder ein use case wenn es wieder aufs schiff geht dann gibt es wieder eine größere drohne noch mal zum fliegen auf see das größte problem ist natürlich auf der einen seite der wind und dass sich das schiff bewegt das heißt diese ganze geschichte mit return to home also automatisch wieder zum startpunkt zurückkommen kann man mal getrost vergessen aus dem grund sollte man nach möglichkeit auf see auch weitestgehend manuell fliegen und nicht der drohne irgendetwas überlassen und wenn ich jetzt mal zurückdenke an meinen allerersten flug auf der leverkusen express 2016 da war es halt auch so wir sind halt gefahren mit irgendwie so 13 14 knoten ein knoten sind ja 1,8 5 3 km h und wir hatten dann auch noch irgendwie so 14 15 knoten gegenwind und wenn man das alles zusammen rechnet kommt halt ganz schnell schon mal irgendwie in summe auf bewegung von 35 bis 40 km h so über den daumen und wenn man jetzt weiß wie schnell solche drohnen sind im normalbetrieb sind die halt eher so 40 45 km h schnell dann weiß man dass das ganz schnell knapp wird und damals auf der leverkusen express da ist es mir dann auch passiert dass ich das nicht gut genug berechnet hatte drohne gestartet außerhand in die luft drohne hoch und zack war sie weg beim schornstein also es ging wirklich ruckzuck ich konnte sie dann glücklicherweise im sportmodus einfangen und konnte auch sie ganz gut beherrschen also es ging dann alles ganz gut sportmodus die phantom die hat glaube ich etwas über 70 km h gemacht ich glaube die dgi mini 3 macht 60 62 km h oder so und da hat das dann ganz gut funktioniert das problem ist natürlich für die mannschaft ist das halt auch eine attraktion du hast also irgendwie die halbe mannschaft hinter dir stehen die guckt wie der fotograf da gerade mit der drohne zugange ist dann knallt noch die sonne von oben du guckst da oben irgendwie ins helle die drohne ist sowieso nicht zu sehen muss halt komplett nach display fliegen und bis natürlich total aufgeregt und voller adrenalin also damals war ich wirklich froh als ich das ding wieder hatte und habe auch vor aufregung beim ersten flug vergessen die aufnahme zu starten ja und das gute war jetzt auch der chicago express kannte ich das ganze ja ich konnte also auch besser berechnen was wirklich geht also war das ein bisschen entspannter bis halt auch die geschichte mit der landung die mit der ein bisschen schwieriger ist also das fangen ist halt ich sag mal gefährlicher weil man hat halt kein lande gestellt muss man am besten irgendwie ein arbeitshandschuh haben um dann die drohne aus der luft zu catchen also fliegen auf see grundsätzlich kein problem weil die biester sind ja zum fliegen gemacht aber man muss halt wind und natürlich die bewegung des schiffes einberechnen sonst kann das halt mal in die hose gehen insgesamt habe ich auf der reise knapp zwei terabyte an daten produziert davon waren rund 5300 fotos im raw format von diesen 5300 fotos sind etwa 1600 übrig geblieben in der ersten auswahl davon noch mal etwa 200 die wo ich wirklich gesagt habe das ist so top auswahl und davon sind dann letztendlich etwas über 50 in dem magazin in dem hashtag magazin chicago express gelandet ja und alles andere das waren halt dann reine video daten die in summe natürlich am meisten platz gefressen haben ich hatte insgesamt drei externe ssds dabei mit jeweils zwei terabyte auf der einen habe ich alles an video material gespeichert auf der anderen hatte ich die ganzen fotos drauf und die dritte die habe ich dann halt für backups genutzt das habe ich auch übrigens alles händisch gemacht das heißt ich habe das immer alles schön von hand auf die platten verteilt und dann halt auch von hand jeweils eine sicherung an geschoben weil ja das ist natürlich schon wichtig gerade so auf see da kriegt man keinen ersatz und mir war es halt extrem wichtig dass ich immer sofort speicherkarten leer gemacht habe und auch sofort immer ein backup erstellt habe ich habe auch in der kamera also in der sl2s die backup funktion aktiviert so dass die immer alles direkt auf beide speicherkarten geschrieben hat das video habe ich komplett mit final cut pro geschnitten auf meinem mac studio mit einem m1 max prozessor 64 gigabyte arbeitsspeicher und 4 terabyte ssd und das hat auch ganz gut funktioniert wobei ich sagen muss ich habe es an ein paar stellen dann doch geschafft dass selbst dieser m1 max an seine grenzen kam vor allem im video stellen wo ich dann zusätzlich noch entrauschen musste und solche geschichten ja und wenn ihr euch für final cut interessiert gibt es übrigens auch ein tolles tutorial verlinke ich hier mal die musik habe ich von epidemic das ist so eine plattform wo man einen monatlichen beitrag zahlt und dann eine flat rate an musik hat also wirklich zigtausende musikstücke habe ich auf jeden fall unten auch mal einen link drin kann man auch 30 tage testen die größte herausforderung ist eigentlich die richtige musik auf dieser plattform zu finden also ich glaube ich habe in summe einige tage damit verbracht nur musik zu suchen denn das ist halt schon irgendwie ein wichtiges thema gerade um halt auch gewisse stimmung zu transportieren aber epidemic funktioniert gut kann ich empfehlen wie lange der schnitt jetzt wirklich in summe gedauert hat kann ich gar nicht mehr sagen ich habe damit gleich nach meiner rückkehr angefangen das war mitte dezember und fertig war der film ja ende februar anfang märz und zu der zeit habe ich also eigentlich jeden tag dran gesessen mal länger mal weniger kann auch nicht immer acht stunden am stück nur schneiden also kann ich das in summe nicht mehr sagen aber es sind halt viele viele tage gewesen und es sind halt auch so unheimlich viele dinge die man machen muss bis hin zu so strafarbeiten wie untertitel erstellen das video hat ja untertitel sowohl in deutsch als auch englisch und die habe ich also wirklich alle von hand abgetippt und dann auch übersetzt ja und so kommt da halt eins zum anderen und ich glaube es ist auch ganz gut wenn man am anfang von so einem projekt gar nicht weiß was da auf einen zukommt ich habe mit der sl2s alles im log format gefilmt bei leica ist das ja glaube ich l-log und an den einstellungen 30 bilder die sekunde 4k und ich filme so ein bisschen unkonventionell mit einer 50 sekunde normalerweise sagt man ja bei 30 bildern die sekunde eine 60 ich nehme aber eine 50 weil es einfach den vorteil hat dass man nicht so viele probleme mit flackernden lichtern bei kunst licht hat und die 30 bilder die sekunde die nehme ich aber weil halt die meisten monitore 60 herz monitore haben und ich das gefühl habe dass das einfach am flüssigsten läuft und ich finde den unterschied 50 60 sekunde den sieht man nicht ja auch mit dem iphone da habe ich natürlich einfach auf automatik gefilmt das heißt da sind teilweise auch die die belichtungszeiten extrem kurz was man einigen sequenzen im wasser sieht also da kann man wirklich fast die wassertropfen sehen also durch diese kurzen belichtungszeiten und das iphone das filmt im hlg format hybrid log gamma und das hlg und das l-log hat natürlich beides den ganz ganz großen vorteil dass man einfach extrem viel dynamik hat und das brauchte ich auch denn die ein oder andere aufnahme die habe ich dann auch mal versemmelt ein bisschen zu hell oder ein bisschen zu dunkel und das war aber alles kein problem und gerade halt auch so reflektionen auf dem wasser die teilweise sehr hell sind da ist es dann schon gut wenn man in einem dieser formate filmt um da einfach ein bisschen reserve zu haben auch wenn es ein klein bisschen mehr in der nacharbeitung nach bearbeitung ist um bei tageslicht zu filmen mit etwas offener blende und 50 sekunde brauchen wir natürlich ein graufilter ich habe diese true color vario nd filter von nisi dazu gibt es auch ein kleines review video verlinke ich auch mal hier oben und ich hatte diesen graufilter eigentlich permanent drauf zumindest tagsüber ich habe das dann so gemacht zum filmen musste ich meistens den graufilter relativ weit schließen so dass der ungefähr fünf blenden stufen wegnimmt und zum fotografieren habe ich ihn einfach komplett in die andere richtung gedreht so dass er nur noch eine blenden stufe wegnimmt ist natürlich in der theorie nicht so ganz perfekt man fotografiert natürlich lieber ohne so einen filter aber die sind wirklich so gut dass man da eigentlich fast keine sichtbare farbverschiebung hat und im endeffekt ist es dann natürlich für mich einfacher gewesen nicht immer filter rauf filter runter denn ich habe permanent zwischen fotos und video hin und her gewechselt und deshalb hat das eigentlich ganz gut funktioniert vielleicht noch eine sache zur blende was ich eben vergessen hatte die videos habe ich größtenteils gar nicht mit offen blende gemacht also ich habe oftmals blende 4 blende 5 6 verwendet teilweise auch 8 ganz einfach deshalb weil bei so einem dokumentarischen film glaube ich dass es nicht hilfreich ist wenn man immer eine extreme unschärfe im hintergrund hat sondern man möchte ja auch wirklich möglichst viel von dieser szenerie sehen außerhalb bei den interviews da habe ich dann natürlich schon ein bisschen offenblendiger gefilmt um halt einfach den protagonisten jeweils so ein bisschen freizustellen das color grading hat mir ehrlich gesagt richtig spaß gemacht denn die farben aus der leica sl2s die gefallen mir richtig gut ich habe das ja in diesem l lock format gefilmt und habe dann hinterher den lat benutzt den leica original anbietet die haben halt zwei latz einmal natürlich und classic look und ich habe diesen classic look verwendet und was da rauskommt das fand ich so toll also das sah so gut aus dass ich da gar nichts mehr an der farbe gemacht habe also das color grading hat sich bei mir wirklich darauf begrenzt dass ich diesen lat verwendet habe dann habe ich nochmal natürlich helligkeit angepasst also dynamik lichter tiefen das muss man schon machen und am ende dann teilweise nochmal so ein bisschen zusätzlichen kontrast reingegeben weil von haus aus natürlich dieses v lock format doch relativ flach ist und selbst mit dem lat hat das noch nicht den kontrast gehabt den ich haben wollte aber glücklicherweise musste ich nicht wahnsinnig viel an den farben rumschrauben also ehrlich gesagt glaube ich gar nicht also wirklich nur in wenigen ausnahmefällen bisschen anders ist es dann beim iphone material gewesen da habe ich halt teilweise noch mal so ein bisschen korrigiert um das zumindest so grob in die richtung von dem leica look zu bringen wirklich die zähne ausgebissen habe ich mir am ton ich hatte das ja schon mal angedeutet auf so einem schiff sind halt immer geräusche und ich wollte für die interviews natürlich eine möglichst ruhige umgebung haben das problem war einige interviews haben wir ja erst sehr spät geführt und kurz bevor wir in new york angelaufen sind hatten wir halt diesen hohen wind von 50 60 knoten und auf der brücke wo wir einige interviews geführt haben da hat das dann halt die ganze zeit gefiffen aus einer ecke wo eine tür nicht dicht war und das hat dazu geführt dass halt am ton im nachhinein noch ordentlich rumgeschraubt werden musste damit die halt die interviewpartner auch wirklich gut zu verstehen waren das hat halt auch so ein bisschen zur folge dass vor allem der zweite offizier der mario timkel die stimme wirklich ein bisschen dünn ist und auch bei dem filipino dem roll dann also da fällt das bei beiden ein bisschen auf ja und letzten endes habe ich den ton weitestgehend vorbereitet aber ich habe den dann auch wirklich als ich die entscheidung gefällt habe das ganze in einem kino zu zeigen nochmal an einen profi gegeben also einen ton techniker der jeden tag nichts anderes macht und der hat das ganze dann wirklich nochmal richtig schön glatt gebügelt und ich muss gestehen da hat der ton auch wirklich nochmal einen riesen sprung gemacht und im nachhinein bin ich wirklich heilfroh das gemacht zu haben denn ton ist meiner meinung nach so eins der größten probleme beim video mal ein unscharfes bild mal ein bisschen über unterbelichtet alles nicht so schlimm nerviger kratziger unverständlicher ton das ist halt gleichen grund abzuschalten zur einreise in new york muss man wissen dass die crew mitglieder alle über ein arbeitsvisum für amerika verfügen das ist lasst mich nagelt mich nicht fest ich glaube ein c1 visum weil die arbeiten ja im grunde genommen in den usa und das problem ist so ein c1 visum das bekommt man nicht mal eben gerade da sind halt die wartezeiten sehr hoch das war halt vor meiner abreise hatte ich nachgeguckt irgendwie 45 bis 60 tage braucht man termin beim konsulat und so weiter und ich hatte dann noch mal die auskunft bekommen dass das wohl für mich auch mit einem normalen esther funktioniert das problem war es hatte irgendwie zumindest an bord und auch bei habak leuth noch nie einer gemacht weil die halt immer diese c1 visa haben ich bin also mitten im esther nach new york getuckert und hatte die ganze zeit so dieses damokless schwert über mir darf ich überhaupt rein klappt das denn ich hatte auch ein bisschen gegoogelt und bei einigen von diesen anbietern für frachtschiffreisen da stand halt auch immer dass man so ein visum braucht wenn man zum beispiel in new york aussteigen will also großes fragezeichen ende vom lied war wir kamen in new york an und nachdem man festgemacht hat wirklich nur ein zwei stunden später kommt halt die immigration an bord dann gibt es einen ganz speziellen ton so eine art sirene oder glocke an bord müssen alle antanzen unten im office also wirklich die komplette mannschaft stehender schlange einer nach dem anderen geht der reihe nach in das büro und da sind dann die beiden immigration officer prüfen dann den reisepass visum und stellen halt gegebenenfalls pässe für den landgang sogenannte shore passes aus ja und bei mir hat das dann original glaube ich zwei minuten gedauert denn der trick wie wir letztendlich herausgefunden haben oder das gute war dass ich als passagier geführt wurde also ich war halt nicht offizielles mannschaftsmitglied sondern einfach nur ein reisender ein passagier und deshalb hat das also mit dem esther dann glücklicherweise alles ganz hervorragend geklappt ja da ich nicht genau wusste wann ich denn wirklich von bord komme hatte ich auch noch gar kein hotel gebucht und ja mein hotel in new york das habe ich wirklich direkt nachdem ich dann die einreise genehmigung hatte online gebucht und bin dann wirklich ein paar stunden später von bord gegangen der pastor von einer seemannsmission hat mich mit zur bahnstation genommen und dann bin ich halt von der wie heißt sie von der penn station in new york bis nach manhattan gefahren hat also alles problemlos geklappt aber es war schon irgendwie komisch vorher irgendwie nicht genau zu wissen ob das alles klappt ein weiteres damokles schwert war die frage wie lange wir denn eventuell vor new york müssen denn ja durch zum einen die geschichte im suezkanal aber vor allem auch durch corona ist halt die ganze seefahrt komplett durcheinander gewürfelt worden und schiffe vor uns mussten teilweise drei wochen vor new york auf rede liegen bevor sie dann endlich reinkam und die new york express mit der ich ursprünglich fahren sollte einige monate vorher die hat es nämlich auch genau erwischt das heißt die lagen drei wochen vor new york mit blick von weitem auf die skyline ohne eine chance von bord zu kommen ja und das war natürlich dann so die ganze zeit schwebte das über der reise müssen wir eventuell auch drei wochen ankern und das hätte natürlich alles komplett durcheinander gewürfelt es hätte also dann bedeutet weihnachten auf rede vor new york hätte ich ehrlich gesagt ganz spannend gefunden aber meine frau wäre da gar nicht einverstanden mit gewesen aber wie durch ein wunder waren wir so eins der ersten schiffe was wirklich pünktlich in new york reinkam also wir sind glaube ich weiß gar nicht ob wir überhaupt verspätung hatten wenn überhaupt maximal einen tag also wir sind auf new york zugesteuert wir mussten bevor der lotse kam noch zwei drei stunden warten da haben wir einfach noch ein bisschen getrieben kam der lotse an bord und dann zack rein nach new york ohne große verzögerung also das lief glücklicherweise dann wieder richtig glatt aber glaube da können euch einige seeleute schöne geschichten erzählen ich habe an bord natürlich sehr sehr viel zeit mit fotografieren und filmen verbracht und das war auch gut so denn so hatte ich wirklich ruhe und konnte mir auch immer wieder die frage stellen was fehlt dir noch was willst du eventuell noch mit reinpacken wo brauchst du noch ein interview wo brauchst du vielleicht noch irgendwas an begleitmaterial aber wenn man fast drei wochen an bord ist kann man natürlich nicht jeden tag also nicht 12 14 15 stunden nur fotografieren und filmen und deshalb habe ich natürlich zum einen sämtliche bilder an bord schon bearbeitet das war ganz gut weil die fotos die waren alle fix und fertig als ich nach hause gekommen bin aber trotzdem hat man natürlich dann noch viel freizeit an bord und gerade an den seetagen also bei der überfahrt über den atlantik da ist es halt auch so dass die mannschaft mehr oder weniger einen geregelten arbeitstag hat die fangen also morgens an zu arbeiten je nachdem sechs uhr sieben uhr so um den dreh und haben dann so ich sag mal so eine normale schicht die halt bis irgendwann in den nachmittag reingeht und dann haben sie frei und auch sonntags zum beispiel wird auch nicht gearbeitet also ich glaube bis zwölf oder so oder samstags wird bis mittags gearbeitet ich weiß nicht mehr genau auf jeden fall sonntags irgendwann ab mittag ist das schiff dann auch total ruhig also außer natürlich der wachhabende offizier auf verbrücke sieht man da kaum jemand und das heißt also auch ich musste mich teilweise an bord selber beschäftigen ich fand es natürlich super spannend die ganze zeit auf der brücke zu sitzen mit dem wachoffizier zu quatschen da habe ich auch wahnsinnig viel natürlich mitgenommen und gelernt aber ich habe in weiser voraussicht mir auch jede menge filme vorher runtergeladen und ich glaube ich habe auch alles was ich mir runtergeladen habe zwischendurch wirklich geguckt also man hat zwischendurch schon zeit und ja ich weiß nicht ich fand das aber trotzdem irgendwie super also war für mich nie langweilig ja die wäsche an bord die muss man halt selber machen es gibt halt mehrere waschmaschinen für die mannschaft und da bringt man halt sein körbchen hin schmeißt die maschine rein da gibt es dann so ein waschmittel automaten da muss man einmal den knopf drücken und dann läuft das halt durch also da ist halt jeder auf sich gestellt auch trockener ist das gleiche es gibt dann noch den steward an bord und der steward der kümmert sich um so dinge wie zum beispiel bettwäsche also solche sachen die werden dann schon zentral gewaschen aber ansonsten selbst ist der mann also selbst der captain stellt halt sein körbchen vor die waschmaschine und wäscht selber auf all meinen reisen war natürlich der große vorteil dass ich länger an bord waren nicht nur für ein zwei tage sondern immer mindestens 14 tage auf der chicago express waren es jetzt sogar knapp drei wochen und das hat natürlich den großen vorteil dass man gerade am anfang auch zeit hat die mannschaft erst mal kennenzulernen das heißt ich bin nicht immer sofort losgestürmt mit der kamera drauf sondern habe mich ich habe versucht mich zu integrieren ich habe mich mit denen unterhalten ausgetauscht habe denen auch erklärt was ich mache habe mal hier und da ein foto gemacht aber nicht gleich in die vollen und ja so lernt man sich ein bisschen kennen und der vorteil ist halt dass dann auch die mannschaft das irgendwann akzeptiert und auch gar nicht mehr großartig stört wenn ich da fotografiere also die für die war das dann irgendwann ganz normal und so bekommt man dann natürlich die aufnahmen die man haben möchte also wirklich auch ungestellte aufnahmen während der arbeit wirklich vom leben und arbeit an bord hin und wieder ist es mit den filipinos nicht so ganz einfach denn das ist ein sehr foto freudiges völkchen und sobald mit der kamera kommt passiert es halt sehr schnell dass sie den hier machen und das braucht dann immer so eine kleine zeit bis man ihnen verständlich gemacht hat dass das nicht die foto sind die man haben möchte aber nimmt man natürlich auch mit und ich glaube auch in ein zwei sequenzen im video da sieht man sie auch wie sie da irgendwie den hier machen auf der reise mit der chicago express bin ich in genua eingestiegen wir sind dann von genua gefahren nach osseur meer das ist der hafen bei marseille von dort aus sind wir nach barcelona dann nach valencia und dann geht es halt straße von gibraltar und raus auf den atlantik rüber nach new york ja und zuvor auf meinen reisen da bin ich dann schon einmal von singapur nach schanghai gefahren dann bin ich einmal von valparaiso durch den panama kanal nach katagena in kolumbien und dann noch so ein paar kleinere hüpfer einmal von hamburg bis nach frankreich und antwerpen nach hamburg bin ich mal gefahren und auch schon mal hamburg rotterdam glaube ich es ist schwer zu sagen was wirklich das beeindruckendste ereignis ist weil für mich diese ganze reise ein einziges abenteuer und ein einziges beeindruckendes erlebnis ist was mich extrem beeindruckt hat war damals mit der valparaiso express die fahrt durch den panama kanal das fand ich spannend weil es halt auch wirklich wahnsinnig viel zu sehen gibt und ja jetzt mit der chicago express also was ich vieles kannte ich ja deshalb hat mich vieles nicht gleich wieder beeindruckt aber was ich einfach toll fand war das erste mal wirklich delphine zu sehen in freier wildbahn vor dem bug insgesamt haben wir glaube ich dreimal delphine gesehen einmal waren die fast eine halbe stunde oder so bei uns und das kann man auf einem video oder auf einem foto gar nicht so rüber bringen also wirklich dieses schauspiel wenn die tiere da unten im wasser hin und her springen kreuz und quer also das hat mich so beeindruckt dass es einfach so abgefahren die wirklich so in ihrer freien wildbahn zu sehen und dann auch filmen zu können was ich übrigens auch total beeindruckend fand im video hatte ich ja gezeigt wie das schiff sich verwindet also es muss es ja es muss ja so eine gewisse flexibilität mitbringen und das zu sehen und dann auch zu versuchen das in einem video rüber zu bringen das habe ich ja mit einem mit einem teleobjektiv gemacht um wirklich diesen langen gang zu filmen also das ist schon echt abgefahren und wenn dann das schiff sich ordentlich bewegt und dazu dann noch geräusche kommen also richtig so stahl der reibt und das knarzen geräusche von den containern es ist schon wirklich beeindruckend wenn ich sogar ein bisschen spooky die meisten von euch wissen es ich arbeite schon seit vielen vielen jahren mit lightroom also mit lightroom classic und habe da auch meine eigenen presets und ein preset was ich halt damals auch schon auf der reise benutzt habe heißt halt auch wie die erste reise das erste projekt seafarers und dieses mal habe ich halt bewusst wieder genau den gleichen bearbeitungsstil verwendet ganz einfach aus dem grund weil ich da halt eine gewisse konsistenz in dem look haben wollte und mit dem preset funktioniert das eigentlich ganz gut das habe ich da drauf das passt dann meistens von den farben ganz gut und in den meisten fällen muss ich dann halt noch so ein bisschen ja kontraste dynamik lichter tiefen und so weiter anpassen und so geht das dann aber relativ flott dass die bilder alle bearbeitet sind wenn man die einmalige möglichkeit hat so ein projekt zu machen und ein unternehmen wie habe ich leut einen wirklich an bord ihrer schiffe lässt dann macht man natürlich nichts ohne deren zustimmung aber die haben mich glücklicherweise einfach machen lassen also ich habe keine auflagen bekommen keine restriktionen aber es war natürlich selbstverständlich dass ich ihnen damals das seafarers buch und jetzt auch den film vor der veröffentlichung gezeigt habe damit die einfach ihren segen dazu geben können und das war mir auch wichtig vor allem auch aus fachlicher sicht dass die nicht sagen mensch da erzählst du irgendwo ein blödsinn oder so letztendlich gab es aber kaum beanstandungen aber das oder gab es einfach im film gab es ein oder zwei stellen wo sie gesagt haben kannst du das mal irgendwie so ein bisschen umschneiden das bild passt nicht zu dem was gerade erzählt wird also solche kleinigkeiten letztendlich ist es halt wirklich so geworden wie ich das wollte aber klar es ist selbstverständlich dass man sich da das okay abholt bevor das veröffentlicht wird ich war ja glaube ich wirklich der älteste an bord und ja da habe ich auch schon ein bisschen überlegt warum die mannschaft jetzt genau so jung war also ich glaube der kapitän war 34 oder 35 also mitte 30 irgendwas warum das genauso ist kann ich euch nicht sagen aber ich glaube ganz einfach es liegt halt unter anderem auch daran dass habak leuth selber ausbildet selber für nachwuchs sorgt und wenn du mit der seefahrt halt wirklich schon im jungen alter anfängst die jüngsten kadetten die waren glaube ich 16 oder 17 dann hast du natürlich bis du 30 bist oder 35 hast du natürlich schon enorm zeit erfahrung zu sammeln und dann ist es halt auch durchaus möglich dass man sag ich mal mit 30 oder mitte 30 dann kapitän wird und ja auf der chicago express war es dann also wirklich so dass die mannschaft extrem jung ist das ist nicht immer so aber man trifft schon sehr häufig junge menschen an bord sind nicht alles nur seebären mit rauschebart auch wenn es natürlich fürs foto super gewesen wäre die offiziere fahren ja im idealfall in diesem sogenannten eins zu eins rhythmus das heißt je nach dienst je nach dauer von so einer rundreise sind sie im normalfall drei monate an bord und dann drei monate zu hause und im idealfall ist es halt so dass sich zwei kapitäne ein schiff teilen und auch immer wieder auf das gleiche schiff zurückkehren denn so ein schiff lernt man halt auch kennen und als kapitän hat man auch die möglichkeit gewisse dinge an bord zu gestalten also man kann zum beispiel gewisse freizeiteinrichtungen kaufen also der kapitän kann zum beispiel entscheiden wir kaufen jetzt ein kicker oder ein dart und solche geschichten und das ist natürlich ganz gut wenn man sich da halt so ein klein bisschen ich sag mal einrichten kann in der realität passiert es natürlich dass mal ein kapitän krank wird dass man einer urlaub hat sich das ganze verschiebt dann ein anderer kapitän kommt der der gerade urlaub hat kommt dann früher zurück dadurch muss er dann wieder auf ein anderes schiff und nicht auf sein stamm schiff zurück und so kann es natürlich passieren dass sich das immer mal wieder so ein bisschen verschiebt und man nach gewisser zeit dann doch auf einem anderen schiff lande aber im idealfall ist es halt so dass ich zwei kapitäne ein schiff teilen ein hubschrauber lande deck gab es auf der chicago express nicht und gab es auch nicht auf den anderen container schiffen auf denen ich war es ist aber schon so dass in besonderen fällen auch mal ein hubschrauber kommt also es gibt zum beispiel die situation dass bei starkem seegang manchmal die lotsen per hubschrauber an bord kommen und ich kenne auch einen lotsen der hier auf der elbe tätig ist und wenn ich dem halt so folge bei seinen stories dann sieht man da halt hin und wieder kommt selten vor auch mal dass er da am haken von seinem hubschrauber hängt und ja dann werden die halt wirklich über das deck geflogen also meistens oberhalb der brücke da ist ja dieses relativ große peil deck und werden da dann mit einer seilwinde heruntergelassen und genauso kann es natürlich vorkommen dass im notfall falls jemand ausgeflogen werden muss dann auch mit dem hubschrauber per haken abgeholt wird so einen klassischen ausguck oder ich glaube man sagt dazu auch krähen nest wie man das halt von segelschiffen oder alten piratenschiffen kennt gibt es auf dem container schiff nicht denn wenn du da auf der brücke stehst bist du ja im grunde ja so fast auf dem höchsten punkt und hast halt eine super sicht von der brücke kann man noch mal auf die brücke auf das sogenannte peil deck was halt auch in der umgangssprache monkey island oder monkey deck genannt wird aber so klassischen ausguck den gibt es dementsprechend nicht das schiff hat dann vorne noch ein mast also ganz ganz vorne auf der back da kann man auch rein klettern und das ist dann so ein bisschen wie so ein ausguck aber es ist nicht so dass da irgendwie stundenlang jemand drin hockt und ausschau hält das wird schon alles von der brücke gemacht aus eigener erfahrung kann ich euch glücklicherweise nicht sagen wie die medizinische versorgung an bord ist ich weiß aber dass die mannschaft ganz speziell die offiziere schon gut ausgebildet sind und speziell geschult das geht also über so eine normale erste hilfe ausbildung die man für einen autoführerschein macht schon hinaus und die schiffe sind auch gut ausgestattet die haben also auch einen raum der richtig auch als hospital gekennzeichnet ist und da haben die auch richtig medizinische geräte also auch richtig so wie so ein op-tisch mit lampen und diversen gerätschaften sind halt auch was medikamente und so angeht sehr gut ausgestattet und das wird halt auch permanent überprüft mir fällt gerade ein ich habe da gar kein foto von gemacht weil das ist tatsächlich einer der räume die im normalfall auch permanent verschlossen sind und es ist halt auch so wenn es wirklich einen medizinischen notfall gibt und das schiff halt auf see ist man nicht mal eben per hubschrauber einen arzt rüberbringen kann dann gibt es halt auch einen hilfsdienst die genaue bezeichnung weiß ich nicht aber sie können halt quasi medizinische hilfe per funk anfordern und dann werden die halt also wirklich von einem arzt angeleitet beziehungsweise wird ihnen gesagt was sie genau in dem jeweiligen fall zu tun haben die überfahrt über den atlantik hat ja so circa zehn tage gedauert und zehn tage haben wir dann auch wirklich kein land gesehen und ich muss sagen dass also das regt schon zum nachdenken an weil wenn du wirklich da immer auf der brücke stehst und nur horizont siehst und sonst gar nichts ab und zu man schiff dann merkst du erst mal wie klein man ist man merkt vor allem auch dass das schiff eigentlich eine nussschale ist selbst wenn das schiff weit über 300 meter lang ist also dadurch dass das schiff halt irgendwo dem wetter und dem seegang ausgesetzt ist das schiff mit diesen zigtausenden tonnen an gewicht trotzdem in den wellen rauf und runter geht sich zur seite neigt also das regt schon so ein bisschen zum nachdenken an und das macht auch was mit einem und wenn man da oben auf der brücke steht und tagelang sich 360 grad im kreis dreht und immer nur da hinten irgendwo diese horizont linie sieht dann fängt man tatsächlich irgendwann an darüber nachzudenken ob die er denn nicht vielleicht doch eine scheibe ist und das da hinten irgendwo runter geht nee aber also es ist schon also es ist ist beeindruckend wirklich mal so viele tage auf dem wasser zu sein wenn man von so vielen tagen mit so wenigen menschen und so viel ruhe auf see dann nach new york kommt da ist man natürlich total geflasht und ich hatte dann auch noch das zweifelhafte glück ein hotel direkt am times square zu haben wo ja wirklich hektro elektro ohne ende ist ich hatte mir natürlich vorgestellt wenn ich nach new york komme und da noch ein paar tage habe dann kann ich noch mal richtig aufdrehen da kann ich fotografisch noch mal ordentlichen fass aufmachen aber ich muss sagen ich war dann wirklich nach diesen fast drei wochen auf der chicago express ich war fotografisch durch jeden tag fotografiert jeden tag auch mental immer im kopf diese frage was brauchst du noch was musst du noch filmen und fotografieren so dass ich in new york dann einfach also ich war irgendwie nicht mehr inspiriert von der stadt und auch sowas wie times square das ist dann das war einfach zu viel und so habe ich mich dann einfach treiben lassen habe mir da mein käffchen geholt mein sandwich vom delhi um die um die ecke bin ein bisschen ans wasser gegangen bisschen staten island fähre gefahren und habe kaum fotos in new york gemacht also glaube die fotos die davor zeigbar sind es ist vielleicht eine handvoll oder so ich bin ja ehrlich gesagt auch nicht der alte hase was die filmerei angeht ich habe mir das durch die ganzen youtube filmchen die ich gemacht habe natürlich alles beigebracht aber so ein projekt wie chicago express habe ich vorher auch noch nicht gemacht deshalb tue ich mich da immer ein bisschen schwer mit jetzt irgendwie tipps zu geben aber ich würde sagen wenn ihr anfangen wollt zu filmen blendet erst mal diesen ganzen technik schnickschnack aus dieses ganze gedöhns mit welchen einstellungen und wie man die kamera hält und dies und das schiebt das erstmal an die seite nehmt eine einfache kamera nehmt einfach euer smartphone filmt damit scheißt auf einstellung und nehmt dann mal so die ersten sequenzen und schneidet die in einem einfachen videoschnitt programm zusammen legt vielleicht mal ein bisschen musik darunter oder erzählt auch mal an der einen oder anderen stelle was und ich glaube dass man dann schon wahnsinns aha effekt hat ohne dass das jetzt technisch wirklich perfekt ist und ich glaube dann findet man halt auch spaß daran wenn man halt merkt wie man also auch mit mit kleinigkeiten und mit kleinem equipment so kleine geschichten erzählen kann ich glaube das macht halt die filmerei aus und dies ganze technik gedöhns das kann man dann nach und nach sich aneignen und dazu lernen und damit dann halt schritt für schritt besser werden aber bei der filmerei da ist es halt einfach extrem wichtig dass man eine story hat dass man überhaupt was zu erzählen hat damit es dann auch für den betrachter spannend wird ehrlich gesagt habe ich gar nicht gefragt ob ich auch mal so da darf ich glaube schon dass das möglich gewesen wäre also wahnsinnig spannend ist es ja gar nicht also das ist ja ein relativ kleines ruder da vorne und sofern hat sich irgendwie diese frage für mich nie gestellt weil ich natürlich am liebsten alles fotografiert und gefilmt habe was da so an bord passiert ist deshalb kann ich leider auch nicht sagen dass ich mal irgendwo mit angepackt hätte aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke also einmal bei voller fahrt das ruder so richtig hart backbord legen hätte schon mal bock drauf bei dem projekt war mir natürlich schon wichtig dass ja habak leute und auch die mannschaft das gut findet vor allem so in hinblick auf die fachliche sache also das eine ist natürlich irgendwie eine geschichte zu erzählen aber man möchte ja da auch nicht irgendwie dass hinterher ein fachmann sagt was ist denn das für ein schmuh und deshalb habe ich mich natürlich extrem gefreut das habe ich leute die den film vorab gesehen haben dass die den auch echt toll fanden die da war also der tenor macht lust auf seefahrt und ich glaube für die ist es in erster linie unter dem gesichtspunkt nachwuchssuche denn auch die rädereien haben natürlich probleme irgendwie neue leute zu finden und da ist es natürlich schon ganz schön wenn es solche filme gibt die vielleicht mal so ein bisschen einblick in die seefahrt geben und in das was halt junge leute da erwartet und der kapitän und der schiefmeld die waren ja auch beide bei der premiere im kino dabei die haben den film nicht vorab gesehen für die war es eine überraschung und von denen war das feedback auch gut also ich habe zumindest nichts schlechtes gehört ich habe auch extra noch mal den schiefmeld gefragt ob ich irgendeinen blödsinn erzählt habe und er sagte nein also auch diese geschichte mit dem gm wert und so das passt schon das ist schon grundsätzlich richtig und das hat mich natürlich dann schon gefreut der film war natürlich für mich so ein mammut projekt und da stellt sich natürlich auch immer die frage was macht man damit hinterher aber diesen film zu verkaufen wäre für mich keine option gewesen ihn jetzt öfter im kino zu zeigen ich glaube dafür reicht es nicht und da war youtube eigentlich für mich die beste lösung oder die beste plattform damit den möglichst viele leute sehen denn im grunde genommen ist es für mich auch so ein bisschen ja ich sag mal so ein referenz projekt wo ich dann einfach auch mal probieren konnte ob ich sowas irgendwie halbwegs umgesetzt bekomme und da ist natürlich echt schön dass den dann auch wirklich viele viele leute sehen können und jetzt zu dem zeitpunkt wo ich das video aufnehme hat der film fast 100.000 aufrufe das hätte ich halt auf anderen wegen niemals erreicht also wenn ich den irgendwie verkauft hätte oder kino oder ähnliches also insofern passte das schon mit youtube ganz gut und auch mal dicken dank an euch youtube gucker da draußen dass ihr so oft geklickt habt das kino hatte ich ja extra noch mal eine breitbild version des films also im 21 zu 9 cinema scope heißt das glaube ich format geschnitten weil ich einfach im kino die große leinwand ausnutzen wollte und ich habe hier bei mir auch so einen widescreen monitor auch 21 zu 9 muss sagen das sah schon toll aus hier und da fehlte mal oben und unten eine kleinigkeit weil ich den ja nie für das format gedreht habe aber ich glaube das ist nicht großartig aufgefallen aber letztendlich muss man sich halt für ein format entscheiden und youtube ist halt im normalfall eher 16 zu 9 die wenigsten leute haben halt wirklich breite monitore und deshalb habe ich ihnen jetzt auf youtube halt das wirklich auch im 16 zu 9 format veröffentlicht und die 21 zu 9 version gibt es jetzt leider nicht irgendwo noch mal extra zu sehen weil ich will youtube und den youtube algorithmus natürlich nicht damit verwirren dass es den gleichen film zweimal gibt also sofern tut mir leid das war wirklich eine einmalige aktion für das kino ich habe mir damals nach meiner ersten reise dem ersten seafarers projekt habe ich mir ja tatsächlich hier dieses tattoo stechen lassen ich krieg's nicht so ganz hin müsste ich mein arm jetzt etwas sehr drehen auf jeden fall ist es im grunde genommen die front ansicht von einem container schiff und ich hatte irgendwie mal spaßes halber irgendwo fallen lassen dass ich mir nach der nächsten reise wieder eins machen dass er aber es ist bis jetzt kein zweites tattoo dazugekommen aber ich muss sagen das ist schon die dimension von projekt wo man über solche geschichten dann nachdenkt und ich überlege schon die ganze zeit irgendwie müsste doch noch mal so ein popeye anker auf meinen arm auch wenn mein arm leider alles andere als der von popeye aussieht wenn ich von harper gleut kein geld dafür bekommen habe und den film dann auch noch kostenlos auf youtube raushaue klar stellt sich natürlich bei einigen die frage verdienst du überhaupt dein geld einige von euch die wissen dass letztendlich finanziert sich das ganze dann über die verkäufe von büchern das seafarers das haben wir noch mal gedruckt dann haben wir jetzt das hashtag magazin gemacht was halt die chicago express reise noch mal begleitet und bei mir ist es ja irgendwo auch so ein mix aus ganz ganz vielen dingen das heißt ich habe video tutorials ich habe tutorials zur bildbearbeitung ich habe presets und wir haben zum beispiel unsere kamera gurte das sogenannte seemannsgarn das sind alles dinge über die ich dann mein geld verdiene und für mich ist es natürlich wichtig dass ich viele leute erreichen kann dafür und so gesehen ist dann natürlich sowas wie chicago express was so einen hohen anklang findet für mich natürlich extrem toll um einfach wieder leute anzusprechen also das geld verdienen funktioniert bei mir immer so ein bisschen so von hinten durch die brust und ich muss aber sagen ich bin da ganz glücklich mit weil natürlich solche dinge wie zum beispiel diese gurte die wir verkaufen oder auch die video tutorials geben dann natürlich die freiheit so ein projekt zu machen denn wenn man da jetzt einen normalen bezahlten auftrag draus machen würde dann versucht man rederei davon zu überzeugen dass sie euch drei wochen lang einen tagessatz wie hoch auch immer der sein soll bezahlen das läuft dann eher darauf hinaus dass man briefing bekommt und dann ist man mal zwei tage an bord muss dann wieder runter weil das kostet alles geld und dann würde glaube ich auch das projekt in der form oder hätte einfach nicht diese diese authentizität und und diesen umfang bekommen denn hatte das ja schon gesagt für mich ist es halt auch extrem wichtig dass man sich so ein bisschen mit der mannschaft einlebt am anfang war die ganze seefahrt natürlich so ein kindheitstraum also einmal mit einem containerschiff über den ozean fahren aber je öfter ich da mitgefahren bin umso mehr beschäftigt man sich mit dem ganzen thema man kommt tiefer rein man lernt mehr und bei mir hat das vor allem ja so ein verständnis für die ganzen globalen zusammenhänge gefördert oder gebracht also zum beispiel dieses diese geschichte mit dem mineralwasser also mineralwasser aus italien nach new york bringen absurd genauso das mit den mandarinen was der schiefmaid erzählt hat genauso absurd oder in new york war ich in einem souvenir laden und sollte für die für meine schwiegermutter noch so eine schneekugel mitbringen die drehe ich um ja 17 dollar made in china natürlich und dann denkst du ja das hat halt gerade jemand auch mit so einem schiff in mehreren wochen aus china nach new york gebracht und jetzt setze ich mich mit dieser schneekugel wieder in ein flugzeug um die nach hamburg zu bringen um dann ein new yorker souvenir zu haben made in china und wenn einem solche dinge bewusst werden gerade anhand von diesen sehr absurden plakativen beispielen dann fängt man natürlich schon so ein bisschen an darüber nachzudenken ob so ein problem wie die klimakrise überhaupt lösbar ist weil es ist natürlich sehr einfach mit dem finger auf die seefahrt zu zeigen natürlich stoßen die schiffe viele schadstoffe aus aber solange wir solche schneekugeln kaufen ändert sich halt auch nicht viel also man muss sich da halt auch immer sehr stark an die eigene nase packen und ich glaube dieses beispiel schneekugel oder auch mineralwasser zeigt einfach wie groß das ganze ist und wie weit vernetzt und im grunde genommen musst du jede kleinigkeit alles was du kaufst musst du hinterfragen wo kommt das her wie ist das her gekommen macht das sinn und und ich glaube in dieser tiefe durchdringen dass die wenigsten leute das ist halt schon so ein prozess der bei mir gerade durch die seefahrt ins in gang gebracht wurde also ich muss schon sagen dass ich selber ganz zufrieden bin mit dem ergebnis des projekts ich habe den film ja wirklich bestimmt 60 70 mal gesehen und finde den selber schon ganz gut aber natürlich kann man immer was besser machen glaube die wichtigste erkenntnis hier war auch sich irgendwann damit abzufinden dass man es nicht perfekt machen kann gerade so ein projekt als one man show gewisse dinge da hört es dann einfach auf das schafft man einfach von der manpower her alleine nicht und dann muss man halt auch einfach damit leben dass so ein film an vielen stellen nicht perfekt ist es gibt so viele aufnahmen wo ich sage die hast du versemmelt die hätte man besser machen können aber ich glaube da muss man auch einfach sagen okay das ist jetzt so das halte ich aus da muss man halt auch die kritik die eventuell kommt einfach ja die muss man ertragen aushalten und vielleicht auch ignorieren aber trotzdem habe ich natürlich viel gelernt und eine sache die ich halt gelernt habe ist zum beispiel dass du bei so einem projekt nie genug detailaufnahmen haben kannst du musst eigentlich den ganzen tag permanent sammeln du musst jeden schalter abfilmen jedes kabel jede leine also wirklich alles und was dir noch so noch so banal vorkommt und so unwichtig brauchst du halt eventuell doch später gerade halt bei den interviews da gibt es halt viele szenen wo etwas erzählt wird und wo ich dann nicht das passende bild dazu habe und das ist dann schon etwas wo man sich so ein bisschen ärgert weil es wäre genug zeit gewesen das mitzunehmen also insofern ist das eine ganz ganz wichtige erkenntnis und halt auch das ganze thema story mir ist ja diese ja dieser 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 dünne rote faden mit dem mineralwasser erst in new york eingefallen als ich dann auch wirklich eine flasche mineralwasser in der hand hatte ich habe halt vorher die ganze zeit gerätselt wie kriegst du diese ganzen bruchstücke aneinander weil spannende interviews zu haben auf der einen seite das ist zwar schön aber du musst sie ja doch irgendwie verbinden damit dieser film so so zumindest so einen grundflow hat auch wenn der natürlich in erster linie von den interviews lebt also gerade dieses thema story da muss ich sagen das war mit dem mineralwasser in new york war schon mein rettungsanker das hätte auch ja da hätte ich mir wahrscheinlich sonst noch sehr viel den kopf drüber zerbrechen können und das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen auch schon beim dreh zu wissen was so ein bisschen der rote faden hinterher werden soll aber gut also beim nächsten mal wird alles anders ich habe geht es jetzt weiter ich habe schon oft genug erwähnt dass ich eigentlich nicht über ungelegte eier reden möchte und konkrete projekte ankündigen bevor sie wirklich hieb und stich fest sind aber mir hat dieser film gezeigt dass das thema seefahrt mir am herzen liegt dass ich da voll drauf brenne und es hat mir auch gezeigt dass neben der fotografie auch die filmerei gerade so in diesem bereich dokumentation reportage extrem viel spaß macht und ich hoffe natürlich so ein bisschen dass dieser film jetzt wirklich etwas als referenz dient um in diesem bereich vielleicht noch mal das ein oder andere weitere projekt umsetzen zu können also da muss ich jetzt einfach mal gucken ich habe da keine konkreten vorstellungen aber ich habe schon den wunsch gerade so im bereich seefahrt das ganze maritime wesen da in zukunft ein bisschen öfter was zu machen also nehmt das gerne als bewerbung oder aufruf wenn ihr bis hierher durchgehalten habt dann erst mal vielen dank dass ihr euch das video angeguckt habt und dann war es ja vielleicht doch ein klein bisschen interessant aber ich bin mir vor allem ganz ganz sicher dass ich irgendetwas vergessen habe wenn euch noch irgendeine frage unter den nägeln brennt dann ab in die kommentare damit da werde ich versuchen die weitestgehend alle zu beantworten ansonsten euch vielen dank bis dahin tschüss